Wir stinken, wir haben voll Bock zu duschen, aber wir haben viel zu wenig Wasser zu duschen. Das heißt, wir müssen mehr Wasser suchen, weil jetzt gerade das Wasser, es reicht nur noch für ein Koffein zu kochen oder so und das war's. Es blubbert geil, das sieht richtig geil aus, wenn es blubbert. So, der Kaffee ist fertig eingezogen. So, sie holt jetzt Wasser, damit wir keinen Wassermangel mehr haben und mehr Wasser trinken und missbrauchen können. Na, hast du erfolgreich Wasser geholt? Ja, die haben mir Trinkwasser aus dem Kühlschrank gegeben. Voll süß, ne? Ich hab gesagt, hätte doch gereicht. Ist nett. Ja, nee, die sagt, sie nimmt mal mit, ist kalt. Das ist toll. Ja, ist richtig schön kalt. So, ich werde jetzt mal eine Dusche vorbereiten. Ich mach hier ein paar Löcher rein. Jawohl, so funktioniert die. Und so werde ich mich jetzt abduschen. Ich bin fertig mit duschen.